Ich wollte in meinem Talk, in meinem Vortrag ein bisschen über die Soto-Perspektive, über Dogen sprechen. Wer war Dogen? Dogen lebte im 13. Jahrhundert in Japan, zu einer Zeit, als es Zen als eine eigenständige Schule noch nicht gab. Die damals vorherrschende Form des Buddhismus in Japan war Tendai-Buddhismus. In der viele verschiedene Sutren studiert wurden, viele verschiedene Praktiken praktiziert wurden. Und die vorherrschende Lehre im Tendai-Buddhismus war, dass wir alle schon Buddhas sind. Wir sind bereits im Besitz der Buddhaschaft. Es gibt nichts mehr zu erreichen. Und der junge Dogen fragte sich natürlich, wenn das so ist, warum praktizieren wir hier als Mönche? Warum rasiere ich mir den Kopf? Warum lege ich die Roben an? Warum folge ich den Mönchsregeln? Warum praktiziere ich Sazen? Wenn ich sowieso schon Buddha bin. Es gibt auch nichts zu erreichen. Erleuchtung ist Quatsch. Warum dann das Ganze? Und es heißt, dass niemand zu der Zeit in Japan Dogens Frage beantworten konnte. Vielleicht verstanden die Leute die Frage überhaupt gar nicht. Und irgendwann traf Dogen auf einen Meister, der zwar offiziell der Tendai-Schule angehörte, aber innerhalb der Tendai-Schule ein Zen-Meditationskloster leitete. Mio-Zen hieß der. Und Mio-Zen hatte den Wunsch, nach China zu gehen, um dort Zen aus erster Hand in China zu lernen. Eines Abends rief Mio-Zen all seine Schüler zusammen und sagte, ja, ich möchte nach China fahren. Allerdings liegt mein Meister im Sterben. Mein Meister, dem ich im Grunde alles verdanke. Die Tatsache, dass ich überhaupt als Mönch ordinieren konnte. Mein Meister, der mir die Roben spendiert hat, der mich lange ernährt hat. Er liegt im Sterben und bittet mich, in seinen letzten Wochen, Monaten, Jahren noch nach ihm zu sehen. Allerdings weiß ich nicht, wann das nächste Schiff nach China geht. Zu der Zeit fuhren alle paar Monate, alle paar Jahre mal ein Schiff nach China. Was soll ich tun? Was würdet ihr tun? Und alle Schüler Mio-Zens außer Dogen sagten, natürlich musst du dich um deinen Meister kümmern. Wer weiß, wie lange der noch lebt. Und nach China kannst du immer noch hinterher fahren. Das eilt ja nicht so sehr. Nur Dogen sagte, wenn du zufrieden bist mit dem gegenwärtigen Zustand deines Geistes, wenn du glaubst, an deiner Erleuchtung sei nichts mehr auszusetzen, dann kümmere dich um deinen Meister. Es gibt dann keine Eile, nach China zu gehen. Wenn du aber glaubst, dass da noch was fehlt, dann solltest du nicht zögern, nach China zu gehen. Das ist wichtiger als selbst die Verpflichtung gegenüber dem Meister. Und letztlich war es Dogen, der seinen Meister Mio-Zen auf der Reise nach China begleiten durfte. Und ich glaube, die zentrale Frage, die Dogen in China beschäftigte, war seine ursprüngliche Frage. Was ist der Sinn von Praxis? Oder Übung. Gestern in dem Text, den ich vorgelesen habe, habe ich das Wort Übung verwendet. Das ist dasselbe Wort, das wir meinen, wenn wir Praxis sagen. Welchen Sinn hat das Ganze? In China traf Dogen verschiedene Meister, lernte dies und das. In seinen eigenen Schriften berichtet er zum Beispiel über Begegnungen, die er mit Köchen hatte. Ein Köchkoch, der in der Sommerhitze Pilze trocknete, den fragte er zunächst, wie alt bist du denn? Er sagte 68. Dogen war zu der Zeit erst Mitte 20. Was, so alt? Und in dem Alter arbeitest du noch in der Küche? Trocknest Pilze? Da muss es doch jemanden geben, der jünger ist als du, der das für dich machen kann. Ich frage mich, warum Dogen nicht auf die Idee gekommen ist, einfach zu sagen, ich mache das für dich. Das hat Dogen nicht gesagt. Er sagte, da muss doch irgendeiner sein, der jünger ist. Und der alte Koch sagte, ein anderer bin ich, ich. Und Dogen fragte, ja, wenn du es unbedingt selbst machen willst, warum wartest du nicht, bis es ein bisschen kühler ist am Abend? Und der Koch sagte, wenn ich es nicht jetzt tue, wann dann? Ich frage dich, wenn du es nicht liefst. Wenn du das, wie das, wie man dann geht, dann, wenn du es nicht liefst. Und das ist die Idee, wenn du es nichtBLEm ist. Und die Idee, wenn du sie nicht liefst. Und das ist das, wie es nicht fasziniert. Untertitelung des ZDF, 2020